Wollen doch mal sehen, wie gut eure Mikroskope schwindzigen Gehirne funktionieren. Ich hege keine großen Erwartungen. Der zum Teufel ist Nightwing. Arbeitet der für Batman? Der Laden gehört uns. Ach, den wird keiner vermissen. Du hast mir damit nur verraten, dass du dort bist. Hier ist jemand. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Na sie, du musst jetzt nicht ihre Dinge kümmern. Oh Gott. Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Komm, wach auf! Verdammt, der ist bewusstlos. Das kann doch nicht sein! Tun mir nicht weh! Oh!